So und wie gesagt, in dem Sinne erkläre ich jetzt die 26. für Eröffnung und wünsche allen viel Erfolg und in dem Sinne sportfrei! So, also eine Regatta beginnt immer mit dem Start, da sozusagen, dann werden wir eine rote Lufmarke auslegen! So und wie gesagt, in dem Sinne sportfrei! Von der roten Lufmarke fahren wir zur Tonne 60, hier nicht zu übersehen! Von der Tonne 60, entsprechend den Teilen die Tonnen immer mit Backbordrunden, fahren wir mit Spinnake zu Tonne 51! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Lufmarke! Lufmarke! Dritten! Wer aber erst am dritten kommt, kommt wahrscheinlich zu spät! Sozusagen! Also daran denken, wahrscheinlich am Ersten und Zweiten schon da sein! RSC 92, 30 Jahre, große Sause, versprochen, nicht aus einer Frage, ich soll wieder eine Chronik machen. So, aber auch das wird wahrscheinlich da bleiben. Ich bedanke mich bei allen, allen, den ganzen Team, unseren fleißigen Frauen, unseren Männern, die Stollen geschmiert haben, den Bierwagen machen, die Auswertung gemacht haben, Flaggen aufgehängt etc., den gesamten Team, wie gesagt, ich bin hier nur der Quatscher, die Arbeit machen die anderen. Vielen, vielen Dank dafür.